Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Talk mit Professor Markus Hengstschläger als Genetiker an der Medizinischen Universität Wien. Sie haben auch ein neues Buch geschrieben, Herr Hengstschläger, die Lösungsbegabung. Sie schreiben, das ist ein besonders wichtiges Talent. Die Frage ist nur, wo lernt man das und wie hilfreich ist es in der jetzigen Pandemie? Also der Begriff Begabung steht eigentlich einmal nur für das Potenzial. Das heißt, jeder Mensch kommt mit bestimmten Potenzialen zur Welt. Die Lösungsbegabung ist eine, wo ich meine, über die wir jetzt diskutieren müssen, als zusätzliche, die es noch geben kann oder soll. Da gibt es genetische Komponenten. Das heißt, jeder von uns kommt mit seinem gewissen genetischen Rüstwerk auf die Welt. Da gibt es sehr viel frühkindliche Prägung, aber all das ist es noch nicht. Es muss sozusagen entdeckt, entwickelt und immer wieder am Blühen gehalten werden. Aber ist es ein Naturtalent? Das heißt, gibt es Leute, die sind einfach nicht lösungsbegabt und werden es nie werden, so wie man singen kann oder vielleicht nicht so toll? Ich glaube genau eben, dass es solche gibt. Es gibt so etwas wie, dass der Mensch ist grundsätzlich vernunftbegabt, der Mensch ist grundsätzlich ein soziales Wesen und ich glaube auch, er ist grundsätzlich lösungsbegabt. Grundsätzlich heißt aber wieder einmal nur das Potenzial und dann durch harte Arbeit üben, üben muss man was draus machen. Ich strapaziere immer den Satz, dass ich sage, der Mensch ist auf seine Gene nicht reduzierbar. Gene sind maximal Bleistift und Papier, aber die Geschichte schreibt jeder selbst. Bei der Lösungsbegabung brauchen wir aber von Anfang an Hilfe, sie zu entwickeln. Und wenn ich vielleicht, weil es gibt zwei große Komponenten, die auch im Buch diskutiert sind. Das eine ist, wie fängt man damit an, also bei den Kindern, aber das andere ist, wie hält man es dann ein Leben lang am Blühen? Irgendwann kann man ja mal sagen, gut, es mag ja sein, ich bin lösungsbegabt, aber ich habe auch noch was anderes zu tun. Und das sind die zwei Komponenten, um die es mir geht. Bei dem einen geht es mir darum, dass wir im Bildungs- und Ausbildungssystem natürlich Wissen transferieren müssen, als gerichtete Information für vorhersehbare Anteile der Zukunft. Aber wir brauchen auch jede Menge Komponenten, die Menschen empowern, also ihnen die Kraft geben, auch die Chance erhöhen, dass sie im Falle, dass etwas auftaucht, womit sie nicht gerechnet haben, eine Lösung generieren können. Und neben den sozusagen gerichteten Wissen und gerichteten Informationen, die man weitergibt, brauchen wir also ein ganzes Set an anderen Dingen, wie soziale Kompetenz, kritisches Denken, kreatives Denken, Kommunikation, Kollaboration, Ethik, Resilienz, viele, viele Themen. Und diese Themen in Summe von Anfang an als Eltern in der Schule etc. mitzuentwickeln, das bringt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Lösungsbegabung hochkommt. Jetzt haben wir eine Pandemie einerseits erwartet, andererseits unerwartet, weil es haben ja ganz viele Wissenschaftler, auch Bill Gates zum Beispiel, aber auch hohe Militärs vorausgesagt, dass eine Pandemie kommen wird. Wie lösungsbegabt war denn da eigentlich Politik? Und auch die Wissenschaften, man hat den Eindruck, die Lösungsbegabung hat da ein bisschen geschwächelt und geschwächelt weiter. Ganz grundsätzlich schließe ich mich Ihrer Ansicht an, dass es ja eigentlich erstaunlich ist, dass das Wesen Homo Sapiens, dass das mit weitem Abstand auf diesem Planeten vernunftbegabterste ist, auch das sozialste, wir wissen aus Untersuchungen, wo man zum Beispiel Schimpansen mit zweieinhalbjährigen Kindern verglichen hat, dass die auf mentaler Ebene sehr sehr ähnlich funktionieren, aber dass gerade das Social Learning, das Soziale bei den Menschen sehr sehr stark ausgeprägt ist und dass der Mensch grundsätzlich, wie ich halt jetzt in diesem Buch sagt, lösungsbegabt ist, dass aber der Output, dass sich der Mensch da gar nicht selten selber im Weg steht und dass sie auf jeden Fall Luft nach oben ist, um einmal auch gleich meine Emotion da hinein zu hängen, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe, weil das ist ja eine der Begründungen zur Pandemie. Der Finanzmathematiker Taleb hat ja diesen Begriff vom schwarzen Schwan geprägt, hat aber selbst immer gesagt und hat es jetzt auch wieder wiederholt, dass eine Pandemie ein weißer Schwan ist. Also ein schwarzer Schwan wäre etwas, was ganz selten kommt, beziehungsweise fast nie, aber ein weißer Schwan ist so etwas, wo man sagt, das ist vorhersehbar. Dass Pandemien die Welt sozusagen heimsuchen und das mit einer bestimmten Regelmäßigkeit, das heißt auch erwartbar ist und vorhersehbar ist, ist völlig klar. Was zeigt uns aber eine Pandemie und das ist eine meiner Hauptlesen auch im Buch, dass die Zukunft nun einmal in vorhersehbare und weniger vorhersehbare Anteile unterteilt werden muss und die weniger vorhersehbaren im Fall der Pandemie sind, welcher Erreger, wann, wo entsprungen, mit welchem Ausmaß wird die Welt heimsuchen. Ich glaube aber, dass Lösungsbegabung auch gerade dafür steht zu sagen, ich brauche natürlich Lösungen für die vorhersehbaren Dinge und ich muss mich vorbereiten und diese Lösungen, da kann ich ja sogar oft auch Lösungen anwenden, die es schon gibt. Ich bin ein Wissenschaftler, ich will um Gottes Willen, dass das Wissen, das wir schaffen, auch wiederverwendet wird. Also E ist gleich im C-Quadrat, A-Quadrat plus B-Quadrat ist C-Quadrat und Penicillin hilft gegen Bakterien und das noch in 100 Jahren. Aber es gab ja zum Beispiel MERS, also das heißt, es gab ja sogar ein Virus, das dem jetzt durchaus ähnlich ist und dann hat man da nicht weiter geforscht, das heißt die Wissenschaft, ich weiß, Sie sind nicht Mediziner, aber die Wissenschaft hat sich da auch jetzt nicht mit ganz großem Ruhm bekleckert. Ich glaube, da gibt es aber schon, also es ist nicht so, dass man nicht weiter geforscht, es gibt natürlich Forschung und man sieht ja auch an den jetzt durchaus erfreulichen Phänomen, dass aus der Grundlagenwissenschaft viele Erkenntnisse, gerade wenn es um die Entwicklung von Medikamenten, aber auch der ganz neuen Impfstofftypen, da stammt ja ganz viel aus der Grundlagenwissenschaft, was jetzt gerade übersetzt wird in Anwendung, wo man sagt, jetzt kann man das verwenden. Das heißt, die Wissenschaft ist grundsätzlich schon der richtige Ratgeber für die Zukunft, aber eines möchte ich da vielleicht auch sagen. Ja, was mir überhaupt nicht passt, ist, dass die Gesellschaft, wenn es um so Pandemien geht, das ist so mein Gefühl, in drei Gruppen unterteilbar ist. Da gibt es diese blauegigen Optimisten, die sagen, das ist sie immer ausgegangen, das wird sie diesmal ausgehen, die werden das schon machen, mit die ist meistens zurzeit die Wissenschaft gemeint, die sollen sie jetzt was einverlassen, wann zu weit ist. Und die Politik natürlich. Und die Politik, aber auch die Wirtschaft, natürlich alle, aber die, ja, das heißt, ich tue mich nicht einbringen, die werden das schon richten. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die eingefleischten Pessimisten, die sagen, das geht sie nicht aus. Ich habe es immer gewusst, ich habe es immer gewusst, dass der Mensch im Grunde schlecht ist, sehr oft, wir haben es ja auch schon ein bisschen jetzt andiskutiert, ja, er wäre vernunftsvergabt, er wäre sozial, er wäre lösungsbegabt, aber warum tut er das nicht? Er ist im Grunde schlecht. Die Biologie, die Genetik sagt dazu folgendes, der Mensch ist weder im Grunde schlecht, noch ist er im Grunde gut. Der Mensch ist die Wechselwirkung aus seinen genetischen Anlagen, seinen Umweltkomponenten und das, was wir heute immer besser verstehen, nämlich Epigenetik, das ist die Verwendung der Gene, sozusagen gesteuert von der Umwelt. Der Großvater sitzt vom Enkelkind und erzählt dem Enkelkind, in jedem Menschen gibt es zwei Wölfe. Einen guten, einen vernunftorientierten und einen, was weiß ich, xenophoben, machtgierigen, der alle übers Ohr haben will. Und das Enkelkind fragt Opa, wer wird gewinnen? Und der Opa sagt darauf, der, den du fütterst. Und mir ist das nur deshalb so wichtig, weil auch die eingefleischten Pessimisten nicht diese Begründung haben können, na gut, das geht sich nicht aus, weil der Mensch ist im Grunde schlecht und darum tue ich auch nichts, weil es zahlt sich nicht aus. Das heißt, Sie plädieren ja in Ihrem Buch auch dafür, quasi für eine Mitmachgesellschaft, das heißt, jeder kann einen Beitrag leisten. Genau so ist es. Die dritte Gruppe sind die, die ich empowern will, wo ich sage, besinnen wir unserer Lösungsbegabung, bringen wir das den Kindern von Anfang an bei, orientieren wir uns im Bildungswesen viel mehr darin, Lösungsbegabung weiterzugeben, weil das ermöglicht Menschen ermöglicher zu werden. Possibilisten, die sagen, einfach wird das nicht, das ist ein ordentliches Stück Arbeit, aber ich kann was beitragen. Wenn ich einen Bezug zur Pandemie herstellen will oder kann, ich muss dazu sagen, das Buch ist also kein Corona und kein Covid-19-Buch, aber der Bezug wäre dann der, dass man sagt, ja du, aber mein Beitrag, also wenn ich jetzt da was ermögliche, ein Possibilisten, was kann ich da schon beitragen? Und was wir in dieser Pandemie gesehen haben und immer noch sehen ist, natürlich gibt es diese großen Beiträge, die Politik, die Wirtschaft, die Forschung, Impfstoffe, Medikamente, aber Klopapier für die Nachbarn zu besorgen, ist ein unglaublich banaler Beitrag im ersten Augenblick, aber war so relevant und so wichtig. Und jetzt auch das Verständnis sozusagen, sozialer Verständnis sozusagen mit vulnerablen Gruppen sich sozusagen, oder an das zu denken. All das sind kleine Beiträge, die aber einen riesen Unterschied machen. Das heißt, was ich sagen will, ist Possibilisten ermöglicher, Lösungsbegabung bedeutet ja nicht, dass ich automatisch immer die ganz großen Lösungen herbeiführe, sondern ich brauche es im Privatleben wie im Berufsleben. Ich brauche es überall, um zu sagen, die größte Aufgabe, die spannendste ist ja, ich bin übrigens der Meinung, dass es einen inneren biologischen Drang gibt, für Lösungsbegabung, weil der Mensch als eines seiner Grundbedürfnisse seine Persönlichkeitsentfaltung hat. Und was gibt es Cooleres als eine gute Idee? Was gibt es Lässigeres auf dieser Welt als ein Problem zu lösen? Aber wir leben in Wahrheit in einer Gesellschaft, wo man sehr viel ganz gern delegiert an den Staat, also im Gegensatz zum anglosächsischen Modell, das Liberaler ist. Also vielleicht haben wir epigenetisch schon verlernt, irgendwie selbst etwas in die Hand zu nehmen. Ich habe sogar einen Begriff dafür in einem ganzen Kapitel in dem Buch, das ist dieser Begriff der Mitmachkrise. Ich meine, wir befinden uns schon ein bisschen in diesem Gefühl eben, ob jetzt blauäugige Optimisten oder die eingefleischten Pessimisten zu sagen, also ich, ja, und ich glaube aber schon, dass wir jetzt, wenn wir uns dieser Lösungsbegabung besinnen, auch wirklich verstehen oder verstehen können, was das für einen Unterschied macht, wenn jeder von uns, jede von uns sich da einbringt. Ich glaube, wir haben hier eine Verantwortung. Die Verantwortung einer nächsten Generation gegenüber. Wenn wir der nächsten Generation sagen, es gibt vorhersehbare Anteile, da haben wir vielleicht sogar schon Lösungen, die können Sie ruhig wiederverwenden, ihr müsst das Rad nicht noch einmal finden. Aber auch gleichzeitig sagen, es gibt unvorhersehbare Anteile der Zukunft. Ich kann euch nicht immer sagen, was kommt. Dann muss das innerste Bestreben sein, zu sagen, dann muss ich der nächsten Generation die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit aber mitgeben, auch das entwickeln zu können, was das löst. Nämlich die Lösung, Begabung. Jetzt sind wir auch gleichzeitig, also gerade Österreich und Deutschland, eine eher technikfeindliche Gesellschaft. Sie plädieren zwar, wie ich weiß, von Vorträgen und so weiter, auch für Orchideenfächer, weil man da auch unerwartete Dinge dann lösen kann eben. Aber ist es, um wirklich zukunftsfit zu sein, wirklich gut, wenn wir so technik-skeptisch sind? Ich meine, es wird auch grüne Gentechnologie, Atomkraft, all diese Dinge abgelehnt, die vielleicht in Zukunft, was weiß ich, die CO2-Krise oder solche Dinge lösen können. Ich glaube, ich bin zwar eindeutig kein Freund von einerseits und andererseits Antworten, aber in dem Fall ist es irgendwo einerseits und andererseits. Es ist natürlich schon so, dass wir, wenn wir über die Vorhersehbarkeit nachdenken und sagen, was werden wir denn brauchen, dass Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, MINT, digitale Bildung, diese Themen, die jetzt sehr groß geschrieben sind, natürlich sehr, sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite, vollkommen richtig angesprochen, ein biologisches Konzept, ein Konzept der Evolution und daher ich als Biologe ja auch immer das in Vorträgen immer sage, ist aber, heute eine Individualität, eine Vielfalt anzubieten, bedeutet, dass ich eventuell Antworten darunter habe für Fragen, die ich heute noch gar nicht kenne, weil sie morgen kommen und mir noch nicht bekannt sind. Das heißt, es ist die Kombination, weil eine digitale Bildung bedeutet ja nicht, dass jeder oder jede Programmiererin werden muss, sondern es bedeutet, dass man ein gewisses Grundverständnis hat, vollkommen schließe ich mit der Ansicht an, wenn man sagt, ja, aber im täglichen Leben begegnet uns das heute viel öfter als früher. Aber auf der anderen Seite bedeutet digitale Bildung auch zu wissen, was hinterlasse ich für Daten im Internet, wenn ich da surfe, was bedeutet Datenschutz, was bedeutet zum Beispiel Haftung aus Entscheidungen, die durch künstliche Intelligenz herbeigeführt werden und vieles mehr. Und erst die Kombination aus diesen technischen Teilen und dem, ich sage jetzt einmal ganz, im Zusammenfall, geisteswissenschaftlichen Teilen, mehr Geistes und viel mehr, Kunst und so weiter, erst diese Kombination macht den Menschen wirklich lösungsbegabt, nämlich die Technik ist einmal nur die Technik. Und was man damit macht, welche neuen Ideen, welche kreativen Ansätze, welches neue Land man damit betritt, das hängt wesentlich davon ab, ob man lösungsbegabt die Technik einsetzt. Weil man kann die Technik auch einsetzen mit einer niedrigen Lösungsbegabung, die nicht einmal blühen ist, dann wird man nichts anders tun, als das, was es schon gibt. Ich sage immer, die größte Verschwendung von Begabungen ist es ja eigentlich, etwas zu tun, was es eins zu eins so schon gibt. Es ist ja viel, viel wichtiger, dass man seine Begabungen dafür einsetzt, etwas zu tun, was es noch nicht gibt. Jetzt sind Sie auch Mitglied der Bioethikkommission und Corona hat einige ethische Fragen jetzt auch aufgeworfen. Man hat den Eindruck, wenn man jetzt im Moment nicht Corona hat, dann wird man möglicherweise auch schlechter behandelt. Es werden vielleicht manche Krankheiten überhaupt unbehandelt bleiben. Was sagen Sie dazu? Also zum einen sage ich, um mit Dante Jolisch ein bisschen zu sprechen, obwohl ich wirklich also jetzt nicht jemand bin, der dieser Pandemie anfängt, irgendwelche guten Dinge sozusagen einmal abzuringen, so weit bin ich noch nicht. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, jetzt schauen wir mal. Aber viele sind es ja schon und viele diskutieren es schon, dass das ja auch den Menschen jetzt verändert und so weiter. Also Dante Jolisch hat gesagt, man möge mich bewahren vor all dem, was noch ein Glück ist. Aber es ist schon noch, von Thorberg in dem Buch, was noch ein Glück war, in dem Sinn ist, dass diese Pandemie, dieses SARS-CoV-2-Virus in Zeiten einer digitalen Transformation auf den Menschen getroffen ist. Denn man möge sich jetzt einmal vorstellen, was das wäre. Die sie sogar beschleunigt hat, muss man sagen. Muss man ganz klar sagen. Was wäre das jetzt gewesen, wenn wir nicht zoomen hätten können, um miteinander kommunizieren zu können? Was wäre das gewesen, wenn wir nicht all diese Algorithmen zur Verfügung hätten, um Voraussagen Predictive Analytics zu machen, um Voraussagen zu machen über die Zukunft? Was wäre das alles gewesen, wenn wir all diese Kontakte und Informationen bis hin zum Bestellen von Produkten aus dem Internet und so weiter nicht gehabt hätten in Zeiten wie diesen? Und sofort ist man aber wieder an dieser Schnittstelle, von dem alles, was man tut, muss man auf die Frage untersuchen. Kann es auch mehr schaden, als mehr Nutzen bringen? Und wir haben diese Diskussion mit dem App zum Beispiel gehabt. Das ist eine Diskussion, die ganz bedeutend... Sind Sie dafür? Sollten Sie eine runterladen? Also ich bin grundsätzlich dafür. Nur muss man immer bei solchen Dingen ein paar ganz, ganz wichtige Aspekte, ganz egal, welche Aspekte das auch immer sind, die man da diskutiert, mitbedenken. Temporär, transparent, klar erklärt, klar verständlich und der Mensch muss bei diesen Entscheidungen im Mittelpunkt bleiben. Also dieser gesamte Ansatz... Das war schlecht erklärt, offenbar. Also ich finde, da gibt es immer Luft nach oben. Jetzt kann man nicht sagen, das war schlecht erklärt oder das war besser erklärt. Aber ich bin der Meinung, erklären... Also wenn jemand nur annähernd das Gefühl hat, es war nicht gut erklärt, dann muss man es noch einmal erklären. Das ist für jemanden, der jetzt 30 Jahre an der Uni arbeitet, etwas, was ich kann. Gut, das Problem war natürlich, dass in der Regierung unterschiedliche Meinungen dazu auch geherrscht haben. Da kann man was ja schlecht erklären. Was noch einmal grundsätzlich nur nichts Schlechtes wäre, aber trotzdem Transparenz erklären, genau. Vielleicht noch diesen Punkt mit der Ethik. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt verstehen, dass bei all diesen Prozessen Ängste der Menschen, die Furcht der Menschen, die biologisch uralt ist und Ängste machen sehr viel Sinn und sind dafür den Menschen, dass der Homo Sapiens heute so ist, wie er ist, ist Teil auch seiner Angst, dass er Fight-or-Flight-Reaktionen machen kann, dass er auch fliegen kann, dass er auch sozusagen in diesen Zustand kommen kann. Ich sage das nur deshalb, die muss man ernst nehmen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass auch Angst, und ich schreibe ein eigenes Kapitel im Buch darüber, weil es der Lösungsbegabung oft entgegenwirkt. Wenn man zu viel Angst hat, dann wirkt das einer Lösungsbegabung entgegen. Also es muss der Politik, es muss unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und allen klar sein, wenn man Menschen zu viel Angst macht, dann ist das nicht fördernd für das, was wir eigentlich wollen, nämlich die Mitmachkrise zu überwinden und Lösungen herbeizuführen. Und ein bisschen bei dieser Angst sozusagen, zu viel Angst bremst uns. Zu wenig Angst macht vielleicht Tollkühnheit und Dummheit. Es braucht diese Gratwanderung, die braucht es schon. Die ist mir sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man, wenn man das gut erklärt, den Menschen ganz im kantschen Sinn, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Wir haben beim Rauchergesetz auch nicht darüber diskutiert, ob das Individuum rauchen darf, sondern ob das Individuum jemanden anderen anrauchen darf. Das ist ja die Frage, um die es geht. Und das muss man in einer Pandemie genauso diskutieren. Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Professor, ich danke für das interessante Gespräch und Ihnen danke ich fürs Zuhören.